So. Jetzt will ich den aber auch mal töten. Wo bist du denn? Mal gucken. Ist es eigentlich fast sinnvoller mit Pistole zu schießen? Was hast du denn für eine Waffe getroffen? Ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt. Aber auf jeden Fall sieht die ganz cool aus. Oh, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Fuck, fuck, fuck. Ich habe ihn gehört. Das war so ein richtiges... Ja, das war der Typ über den Team-Chat. Den habe ich deaktiviert. Ach so, ich nehme dich bei mir. Scheiße ey. Hast du das schon wieder gehört? Ganz leicht. Jetzt habe ich gerade so ein... Ich dachte, das gehört zur Soundkulisse. Ich dachte, das gehört zur Soundkulisse. Ich weiß gar nicht, dass das überhaupt ist. Töne mal. Alter, dann wird mir ja vielleicht paroniert. Ja, okay, ist klar, weil so eine Monster ist... Ein paar neue ist ja schon vorprogrammiert. Wo bist du denn da? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ähm... Nicht, dass hier irgendwelche... Tippen aus dem Team-Chat mehr Angst, denn die eigentliche einfach... I'm behind you. Geräusche machen. Das trotzdem, was ich machen werde, wenn ich da hinten bin. Dann mache ich mal eine Mickey Mouse-Imitation. Haha. Ich fand das so geil von, ähm... CNS. Äh, von CNS. I can smell your blood. Ja. Es war so gut. I know you fear. Woah, woah, woah! Hinter mir! Ah! Fuck! Ich fand so'n Typen... Ich wurde angehintet. Ich wurde angehintet. Scheiße! Woah, ich bin tot! Okay, Alter. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Oh, du arme Sau. Ich würde auch die Shotgun nehmen, ganz ehrlich. Ähm... Okay, wie kann ich irgendwie... Ja, aber... Tumpelkonzin, denn das hat mal... Als er da hinten war, hat er so eine Mickey Mouse-Imitation gemacht. Voll geil! I'm gonna kill you all! Haha! Laser-Modul oder... Flashlight? Was hast du? Ach ja, genau, warte mal. Äh, Laser-Modul, so. Das brauche ich einfach, um zu zielen. Naja, ich glaube, da bleibe ich auch. Und eine Pistol. Auch Average Shot, wurde schon gekillt. So, mich hat er gekillt! Wie auch fair! Okay. Why can I see my health? Oh yeah! Okay, ich bin da. Wo bist du denn? Bist du das? Äh, ich bin... Average. Ich bin hier irgendwo. Äh... Ja, das ist immer gut, ich bin hier irgendwo. Hey, ich seh meine Waffe nicht! Haha! Ey, wie hast du das? Ach, jetzt geht's. Okay. Wo bist du denn? Du bist, äh... Ich hab keinen Plan. Warte, warte, warte. Du bist genau vor mir. Du hast eh das Recruit. Was? Ach ja, ich hab das Spiel neu installiert. Ja, warte, warte. Äh, äh... Obwohl ich einen Ping von 31 hab, sieht das voll lecky aus. Skunky, die geile Sau. Hm. Okay. Zack! Na dann. Wir laufen ab jetzt immer zusammen, okay? Weißt du das? Ne, klick nach dem Plan, ja? Ey, wo bist du? Sehr gut, sehr gut. Fuck, fuck, fuck. Wir laufen ab jetzt immer zusammen. Wo bist du? Äh... Ich kann mich grad nicht bewegen. Ja, das lag grad, wieso? Ist der Ping so scheiße hoch? Naja, wir haben einen Ping von 30, also hoch ist er nicht wirklich. Oh Gott, oh Gott, ich hab ne Granate in die Fresse bekommen. Ah, Hilfe! Äh, ich will doch nur nach oben. Warum geht das nicht? Warum zur Hölle geht das? Geht doch. Es lag grad megamäßig. Übel. Ey, ist der Hit, den kenn ich ja irgendwoher. Fuck, Alter, ich hab nur noch 45 Leben, ey. Ich hab grad voll die Granate in die Fresse bekommen. Ähm... Okay. Warum hat der auch einen Ping von 140? Wie soll man den denn treffen? Das ist so gerade. Das ist so viel dazu. Also, er hat's geschafft. Wieso will den treffen? Ja, das ist... ne? Wusstest du dir eigentlich FIFA 13? Ah, mal gucken. Ich hab's eigentlich vorher, weil ich... Boah! Ich wollt immer, aber nicht für'n PC. Ich wollt immer irgendeinen FIFA haben. Also, ich hol's mir für'n PC. Echt nicht? Also, morgen. Weil ich keinen Controller für'n PC hab. What the fuck? Und mit Maus und Pass Tastatur spielen ist scheiße. Ey, ich seh ihn! Da oben! Da oben war... Ich weiß nicht, wo du bist. Da oben war... Ähm, da bei nem Aufzug. Ja, geh ohne mich da hoch, du Arsch! Hoffentlich stirbst du. Ah, da ist er! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Ich brauche nen Arm. In dem Aufzug? Ja, da war er grade oben. Er kann übrigens Supersprünge machen, ne? Also... Fuck! Der Gameteil ist bestimmt um... Oh fuck! Achso, ne. Das war noch das Recht vom Aufzug. Oh! Jawoll! Ich kenn ihn! Jawoll! Oh! Ich kenn ihn! Nein, nein, nein! Verpiss dich! Fuck! Alter, ich hab mir auf jeden Fall extrem... Schande gefügt. Echt wieder... Da war er. Ich glaub da... Ey, du machst einem echt Panik, Alter! Alter, ich hab ihn grad gesehen! Ich lass mich schon da lang! 100 pro! Oh Gott, was mach ich nur? Was mach ich nur? Nimm ne Chilpe! Das wird überall geschossen und ich weiß nicht von wo... Na komm! Wut! Wut the fuck! Wut! Das ist leer! Oh Gott! Kann bei dir auch grad so'n Sound? So'n... Wuhu! Wuhu! Toll! Du werd ich mit komischen Geräuschen befolgt! Ey, ich leg voll geil rum, Alter! Die Leute... Backen vollmäßig geil rum! Ey, der kann... Der kann noch voll wenig Leben haben! Okay, jetzt hab ich... Toll! Das ist der beste Server, auf dem ich hier gespielt hab! Nee, ich bekomm jetzt Server-Problems! Ich bin grade so kurz davor... Das Monster zu werden! Oh ja, komm! Wirklich! Ich hab ne andere Waffen! Wo hab ich die jetzt her? Okay, okay! Äh... So, jetzt gehs wieder! Find ich gut! I don't know where to begin! Where them girls at! Boah, Alter! Wo bist'n du eigentlich? Das ist derbe geil! Also wirklich! Das ist hammergeil! Besser als andere Horror-Problem-Spieler! Da hab ich ihn angehittet! Da hab ich ihn angehittet! Oh man! Oh ja, hier liegt... Hier ist überall sein Blut! Da war grad... Da war er grad... Da war er grad... Da war er grad... Ne! Hä? Ich dachte, ich hab ihn grad gesehen! Das ist... Das ist so gut! Das ist so gut! Das muss man echt mal mit der kompletten TGN-Config zocken! Da müssen wir echt noch mal... Wir haben auch einen guten Server, ey! Da muss... Äh... Crawl... Ach man! Du dreckiger Alinator! Wirklich! Alinator 98! Du bist noch nicht mal alt genug für das Spiel! Wie alt ist denn der? 3... Ich weiß... Oh Gott! Ne! 14 müsste er sein, ne? Ähm... Oh, ich war nicht der Einzige! Hä? Was du Ho! Ey, ist das... Shalom Ho! Das ist nur austretendes Gas! Jetzt werde ich schon... Alter, jetzt... Ja, naja, das haben sie mit Absicht gemacht! Das ist... WTF! Also... Ich hab grad nicht so krass... Ich hab grad voll die krass... Ey, ich seh es! Jetzt... Mah! Ja, Mann! Ey, hier liegt ne Xbox! Was? Echt? Wo bist du? Die Alte, die ich grad nicht gesehen hab? Kein Plan! Ich bin hier in diesem komischen Raum mit... Wohne mit dem Aufzug hoch raus! Nein, nein, ich bin mit dem ähm... Typ der vollen! Der ist ne scheiß Xbox! Also die... Die alte Xbox, die... Die dicker schwarzer... Ich hoffe mal, er ist nicht intelligent, weil er immerhin 98 geboren wurde! Also wird er irgendwie irgendeinen Scheiß bauen, damit ich ihn kill? Ich hoff's mal! Oder er killt dich! Und maltretiert dich! Das glaub ich nicht, das glaub ich nicht! Und dann teabackt er dich! Und du wirst total... Humiliated! Äh... Genau, er teabackt mich! Boah, Alter, ich will euch mal teabacken! Ich stelle vorher, er schießt gleich hinter dir und du siehst ihn einfach! Und er verarscht sich derzeit! Oh! Wo wird geschossen? Bei mir! Aber er schießt nur die Kisten kaputt! Ah! Oh, what the fuck! I'm not a frame! Immer wenn ich hier bin, dann... hab ich mega lags! Äh, ich häng jetzt grade völlig... What the fuck? Aber ich hab ja auch wieder einen Peak von 300! Das ist voll geil! Boah, ich hab grad einen von 51! Nimmst du mit DxTory auf oder ohne? Weil... mit Fraps... Also mit... Ich hab die ganze Zeit 30 Frames! Ho! Boah, Alter! Du hast mich grad voll erschrocken! Ja, ich kann doch nix dafür! Ihr spackst aber auch voll rum, Alter! Also bei mir spacken alle voll rum! Ihr schwebt so ein bisschen durch Wände und so! Das macht grad voll Spaß! War da? Warum... Warum bewegt sich da ne Fass? Alter, ich hab da grad... Ich hab da grad was... Hast du das Fass sich bewegen sehen? Oh, da ist er! Da ist er! Da ist er! Oh! Der ist da rüber! Okay! Da bin ich mir sicher! Da hoch oder hier lang? Äh... Der ist so den... Den kleinen Gang lang! Alter! Da war er! Äh... Da war er! Echt? Ey, der will mich doch verarschen! Hä? Der... Der war hier grade! Bei diesem schwarzen Fass! Wer ist denn bei TGN noch ein Angsthase eigentlich? Äh... Es... Ich hasse diesen Server! Alter, da war! Da war! Da war! Da war! Da war! Alter, ich kill dich gleich! Ey! Du machst mir mehr Angst als das andere hier! Ey, ich lenke... Musst du da so lenken? Wirklich? Ich renne gegen Wendel! Ich renne gegen Wendel! Wie soll man den so treffen? Wie soll man den so treffen? Das ist doch nicht mehr cool! Ich lad... Alter, ich... Ich hör den Lachen an, das lande aber nicht da! Oh Gott, ich hab grad irgendwas gehört! Ah, da ist er! Oh! Ich keine Ahnung, jetzt hat er mich zugerangen! Ach, ich häng... Jawoll! Ah! Jawoll! Ich hatte... Wie gut! Wie gut! Ach, ich liebe mich gespielt jetzt schon! So! Boah! Boah! Wie gut! Ihr werdet eigentlich nicht! Ich hoffe mal, du kannst einfach nichts! Beim ersten Mal... Ich glaub, ich kann auch nichts! Das erste Mal ist immer am schlechtesten! Wie kann ich eigentlich solche Sprünge machen? Äh, ich glaub, das musstest du mit der... Wenn du dir... Wenn du das Mausrad drückst! Okay! Ich weiß nicht, ob du das gedrückt halten musst oder so... Dann kannst du noch Granaten werfen... Punkt! Nein! Nein! Das wär... What the fuck? What the... Und mit dem rechten Stick machst... Pick-Stick... Also mit dem... Wie bist du denn? Meins! Also wie du den Pick-Stick machst, weißt du, ja? Ja auf rechts... Ja klar! Rechtsweg! Das sind die Basics! Wo bist du denn? Ich find das Spiel derbe geil! Ich find das Spiel derbe geil! Ich könnt schwören, du warst da eben! Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was... Oder ich mich einfach nur wieder einbilde! Vielleicht! I see dead people! Alter, da kämpfen sie! Aber wie die letzten... Ekelhaft, ne? Ich kann tote... Okay, gut! Das heißt, du kannst uns sehen! Das heißt uns! Ich bin ja nicht da! Ich bin ein einsamer Wanderer! Ey, die Position ist genial, wo ich ihn gekillt habe! Das ist genial! Einfach nur genial! Das sieht bei mir aber auch ziemlich krass aus, die Sicht zwar! Äh... Schau, du könntest... Theoretisch könntest du überall sein! Du könntest... Was war... Wieso hat er sich weggeleckt oder ist er disconnected? Ich hätt ihn fast gekillt! Ich hätt ihn fast gekillt! Warte auf dich oder schießen jemand nur für sinnlos! Ah! Warte! Basta! Fuck! God! Jetzt bin ich glaube ich disconnected gerade! Jo! Half-Life 2, Exo funktioniert! Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht! Oh shit! BAM! Sehr schön! Hidden wins, bitches! Alter! Aber ich hab dich voll getroffen, ey! Ne, du bist auch da! Bin ich jetzt noch mal ne Runde über den Hirn? Jawoll! Ey, wie gut! Fuck, ist das... Ist der Server voll? Äh, du bist noch drauf bei mir! Bin ich? Ja! Er ist gestürzt! Holy shit! Oh fuck! Scheiße! Dann braucht der Server wahrscheinlich erstmal, um mich runterzuschmeißen. Dann kann ich erst wieder drauf! Ey, ich such mal einen anderen Server, Alter! Jemanden, der nicht so laggt! Oh fuck! Ich hab mich... Ich hab mich verfehlt! Nein! Scheiße! Fuck! Oh Gott, sind das viele Server! Wo kommen die auf einmal alle her? Alter Schwede! Wir können theoretisch mal bauen wir einen leeren! Bääää! Oh shit! Ich hab daneben... Ah! Fuck! Ganz, ganz schlecht! Ganz schlecht! Ich habe daneben geschlagen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Red'em, girls. Red'em, girls. Ach nee, jetzt sind sie alle versammelt. Nein! Er hat mich gekillt. Und jetzt ist das Spiel abgestürzt.